Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte. Gregor, es ist drei Viertel sieben. Wolltest du nicht wegfahren? Dies frühzeitige Aufstehen macht einen doch ganz blödsinnig, dachte Gregor Samsa an dem Morgen, als er als ungeheures Ungeziefer erwachte. Um Gottes Willen, Hilfe, Gregor, mein unglücklicher Sohn. Ach Gott, ach Gott. Was ist geschehen? Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Als Gregor Samsa eines Morgens als ungeheures Ungeziefer erwachte, musste er eine Unzahl von Bewegungen ausführen, während andere einen Schritt machen. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich. Das heißt, die Verwandlung. Da wacht einer auf und ist ein Käfer. Das ist doch ein Ding. Der ist doch kein Ding. Doch, das ist voll das Ding.